Hi, I'm Nicola. I'm Kristin. And I'm Eliza. And you're watching CES on Android Next. Wir haben was lustiges und zwar, das ganze nennt sich Sphero, das ist ein ferngesteuerter Ball. Und ich bin hier mit Brian von Robotics, die Firma die das gemacht hat. Brian, show us what the ball can do. You can remotely control it with your phone, as I see. So, ihr seht also, das lässt sich extrem gut kontrollieren. Er kann jetzt diesen Ball hier über diesen Rennparcours steuern. Jetzt hängt er ein bisschen. Ah, jetzt geht er wieder. Und sehr cool. Und wenn er jetzt mal näher rankommt, dann seht ihr hier auf, er hat hier ein Samsung Galaxy. Ich glaube, das ist die AT&T Variante vom S2. Und da steuert er das quasi mit so einem Touchscreen. Ist das eine App, die ihr aus dem Android-Market downloaden könnt? Genau. Oder kommt es mit dem Ball? Wir haben fünf Apps auf dem Android-Market-Place, die ihr downloaden könnt. Ihr könnt auf euren Handy und kontrollieren den Ball. Und wir entwickeln verschiedene Spiele für das System. Okay, also Sie haben insgesamt fünf Apps dafür, die verschiedene Kontrollmöglichkeiten erlauben, weil die verschiedene Spielformen da eben entwickeln. Wie viel ist das Ball? Wie viel kostet es? Das Ball kostet 129 US-Dollar. Okay, nicht ganz billig. 129 US-Dollar. Wollen Sie es in Europa und in Deutschland verkaufen? Wir werden später im Jahr die Distribution haben. Und später dieses Jahr. Okay, Sie werden später im Jahr das dann über andere Händler in Deutschland auch vertreiben. Preis dann muss man gucken. Ich denke, wird auch so über 100 Euro kosten. Ist aber ein lustiges Spiel. Funktioniert auch alles ganz gut. Und das Ganze heißt, wie gesagt, Sphero von Orbotics. Thank you so much, Brian. You're welcome.